Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Morix und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder Pokémon Go. Ich habe die letzten Tage wieder gespielt und gestern war der vermutlich krasseste Pokémon Go Tag in meinem Leben. Zuerst jedoch ein Relaxer-Rate von vorgestern. Da habe ich auch ein TM bekommen, fand ich ganz gut. Und dann ein 1900er Relaxer gefangen. 97% IV war ganz stark. Dann 5km-Ei aufgegangen. Onyx ist schon geil aus einem 5km-Ei. Aber leider fand viel. Was heißt leider? Ich hatte ihn noch nicht im Pokédex registriert und so. Donphan ist eigentlich ein ganz guter Arena-Verteidiger. Aber dazu brauche ich noch mehr Bonbons. Dann an den Log-Modulen ein Onyx. Onyx finde ich auch ein sehr gutes Pokémon. Ich hatte noch keinen Stalos, aber wenn es so wenig CP hat, kann man es auf jeden Fall mit Zanana, Beere und Hyperball fangen. Superball hätte eigentlich auch schon gereicht, aber was soll's. Ich habe aus einem 1,97%iges Onyx bekommen. Das heißt, das wird in den nächsten paar Wochen auch mal noch entwickelt. Und das habe ich dann auch relativ schnell gefangen. Ich meine, mit einem Hyperball und bei 95 CP sollte es auch easy sein. Dann vom gleichen Log-Modul, beziehungsweise halt von der gleichen halben Stunde, ein Pinseer. 900 CP. Gibt es eigentlich auch nicht so oft bei uns. Vielleicht ist es nur bei uns so, aber es ist relativ selten. Habe ich mitgenommen. Ich habe auch aus dem I1 bekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Gameplay gespoilert habe. Aber das hatte zwei Kampfattacken und es ist relativ gut gegen Relaxus beispielsweise. Da kann man dann relativ gut draufhauen. Aber es hat nicht so viel HP, das heißt, es geht relativ schnell down. Und dann habe ich ein Shiggy gefangen. Und noch eins jeweils mit Sanana-Beeren. Das heißt, im nächsten Video oder in den nächsten Videos irgendwann entwickle ich mal einen Tour-Talk. Und ja, das ging da so ab. Dann 6.23 Uhr war das. Also schon eher ein bisschen später. Dann ist nochmal ein 5-Kilometer-Eier aufgegangen. Und 5-Kilometer-Eier, da wünschen sich schon so Onyx-Fun-Fie. Aber ich habe das Pinseer bekommen. Wie gesagt, mit zwei Kampfattacken. Gar nicht schlecht. Dann ein Tratini. Nimmt man auch immer wieder gerne mit für ein Dragoran. Ich habe noch keins entwickelt, jedoch zwei gefangen. Aber die haben beide nicht so gut der IV. Darum hätte ich mal noch gerne eins mit gutem IV. Das hat aber auch keine gute IV. Danach habe ich noch ein Onyx gefangen. Es hat rumgebackt. Aber ich hatte es dann im Inventar, wie es beim Relaxo in der vorletzten Folge auch schon war. Und dann war es soweit. Ikognito. Ich habe es auf der Map gesehen. Ich bin ein Map-Spieler. Das kann man sehen, wie man es will. Ich finde es aber okay, mit Maps zu spielen. Und dann wird es in die Gruppe geschrieben. Und wir sind hingegangen. Ich habe es nicht gefunden. Ich bin hin und her gelaufen. Die anderen waren zu Fuß unterwegs. Das heißt, ich war als Erster da. Und dann haben sie aber gesagt, wo ich lang muss, bin ich da hingelaufen. Die anderen haben schon gesagt, es ist gespawnt. Und dann war es auch bei mir soweit. Wild Unknown Appeared. Ein wildes Ikognito erscheint. Da habe ich keine Faxen gemacht. Ich war sehr aufgeregt. Ihr seht, ich habe erst noch das aus meiner Halterung rausgemacht. Weil ich hatte es auf dem Fahrrad dabei. Und dann habe ich keine Faxen gemacht. Golden Raspberry drauf. Und Hyperball. Und geworfen. Nicht großartig, nicht klasse. Das heißt, ins Ausbruch ist es so gut wie sicher weg. Aber ich hatte Glück und habe es gefangen. Unknown was caught. Und es wurde gefangen. Genau. Mit dem ersten Ball gleich. Ich war sehr erleichtert. Im Pokédex registriert. Schon ein so tolles Pokémon. Ich habe es auch dann gepusht. Auch wenn es nichts bringt. Und ja. Habe ich es gefangen. Habe ich mich sehr gefreut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.